Wir müssen uns nichts darauf einbilden. Das Ego denkt jetzt, ich bin voll wesentlich für Gottes Heilsplan. Es hat nichts mit Arroganz zu tun, weil Arroganz ist immer vom Ego, sondern mit wahrer Bescheidenheit zu verstehen, ich schnall's allein eh nicht und ich kann nur meinen Teil von Gottes Heilsplan erfüllen, wenn ich mein Leben wieder in seine Hände gebe. Hi, ich bin Peri Soilu und du bist hier beim Happy Cool Love Podcast. Dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit. Hallo, ich freue mich wirklich riesig, dass wir hier beide wieder zusammengefunden haben für die Folge 186 vom Happy Cool Love Podcast. Heute wollen wir gemeinsam mal schauen, was uns ein Kurs in Wundern über das Glück erzählt, wo wir Glück finden, wie wir Glück erlangen, wie wir unser Glück annehmen können, was vollkommenes Glück überhaupt ist, weil, wie immer, haben wir im dominanten Denksystem des Ego, welches auf Angst und Mangel beruht, eine ganz andere Variante von Glück kennengelernt und dürfen die wieder ablegen, um das zu erkennen, was uns ein Kurs in Wundern über Glück lehrt. Und warum ich überhaupt auf dieses Thema komme, ist, weil letzte Woche im Übungsbuch von ein Kurs in Wundern, wir erinnern uns, das Werk besteht aus drei Teilen, dem Textbuch, dem Übungsbuch und dem Handbuch für Lehrer. Und jetzt bin ich im Übungsbuch, also im mittleren Teil da, wo es immer für jeden Tag des Jahres eine Lektion gibt, mit der wir in die Meditation gehen können. Und in dem Teil, wenn du bei Lektion 1 am 1. Januar begonnen hast, bist du jetzt so um die Lektion 108 oder so, ich weiß es gar nicht. Heute ist die Lektion auf alle Fälle, ich ruhe in Gott. Aber letzte Woche hatten wir Lektion 100 bis 105 und in denen spricht das Werk zu uns insbesondere über Glück und Freude. Und wenn du ein Kurs in Wundern schon länger liest, also schon länger eine Schülerin oder ein Schüler von einem Kurs in Wundern bist, dann liest du diese Lektion und denkst, ja klar, alles völlig verständlich, danke, next. Aber um ganz ehrlich zu sein, so haben wir ja nicht angefangen. Wir haben ja nicht damit angefangen, die Prämisse für uns als wahr zu empfinden, dass Gottes Wille für uns vollkommenes Glück ist. Und genau damit wollen wir in die Tiefe gehen in der heutigen Folge. Und ich freue mich, dass du mit mir diese Reise wie immer antrittst und dir die nächsten 20 bis 30 Minuten Zeit nimmst, um mit mir zu sinnieren. Was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet das für unser Ego? Was bedeutet das, was wir ablegen dürfen? Was für eine Verantwortung haben wir dem Glück gegenüber, wenn wir zusammen mal darüber sinnieren, was das eigentlich bedeutet, dass Gottes Wille für uns vollkommenes Glück ist. Aber bevor wir damit in die Tiefe gehen, möchte ich natürlich wieder ein paar Ansagen loswerden. Ich freue mich natürlich riesig darüber, wenn du diesen Podcast hier als hilfreich empfindest und ihn für mich bewerten möchtest und zwar auf Apple Podcasts entweder oder auf Spotify. Ich würde mich wirklich mega darüber freuen. Ansonsten kannst du auch die Produktion vom Happy Cool Love Podcast unterstützen, wenn du das im Herzen so empfindest. Alle Infos darüber findest du auf meiner Webseite unter www.happycoollove.de slash podcast findest du den Unterpunkt Support und dort gibt es alle Infos darüber, wie du mich in der Produktion vom Happy Cool Love Podcast unterstützen kannst. Und eine Ansage noch zu Wunderwerk, diesen Mittwoch um 21 Uhr lesen wir nicht gemeinsam im Textbuch von Ein Kurs in Wundern, weil mein Co-Moderator Thorsten Lewin ist im Urlaub und den gönnen wir ihm mal auch. Und dann sind wir wieder nächsten Mittwoch zusammen auf Clubhouse bei Wunderwerk und lesen gemeinsam im Textbuch von Ein Kurs in Wundern. Also wir machen nur eine Woche Pause. Thorsten, dein Urlaub möge dir sehr vergönnt sein. Genieß Italien. Genau, ich komme mal wieder zu unserem eigentlichen Thema der Folge 186. Wir wollen uns insbesondere die Lektionen aus dem Übungsbuch von Ein Kurs in Wundern 100 bis 105 ansehen, nochmal so ein bisschen überfliegen, weil diese Lektionen insbesondere über das Thema vollkommenes Glück und Freude sprechen, so wie Ein Kurs in Wundern uns diese Dinge lehrt, weil wir dürfen ja immer im Hinterkopf behalten, dass Ein Kurs in Wundern Begrifflichkeiten nimmt, die wir im dominanten Denksystem anders besetzt haben und uns die nochmal neu beziehungsweise ursprünglich definiert. Also die ursprüngliche Definition mit uns teilt. Das ist immer mein Gefühl für die Dinge. Und auch bei Glück und Freude ist das der Fall. Und deshalb mega spannend. Also ich empfinde diese Lektion, ich glaube, es sind sechs Lektionen als sehr, sehr hilfreich, mir nochmal vor Augen zu führen, wo mein vollkommenes Glück liegt, weil das Ego, es hat einfach so viele Strategien, um uns in Versuchung zu führen. Das ist seine Aufgabe. Wir müssen uns darüber gar nicht aufregen, sondern uns immer wieder ausrichten. Gen-Wahrheit, gen-innerer Wahrheit. Und das ist unsere Aufgabe. Ich glaube, wir dürfen dem Ego gar nicht so viele Emotionen geben, sondern einfach sagen, okay, ich weiß, Ego ist immer meine Erinnerung. Wenn ich merke, dass ich mich wieder verloren habe darin, ist immer wieder meine Erinnerung. Ich darf mich aufwecken. Es gibt eine andere Weise, diesen Weg zu gehen. Und das ist die wahre Weise. Das ist die, wo vollkommenes Glück ist. Und ich versuche mich darin, so gut ich kann. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, das Ego hat ja eine wahnsinnig interessante Idee davon, was Glück bedeutet. Das Motto des Ego ist, suche aber finde nicht. Das wird es auch auf Glück anwenden. Es wird uns immer wieder vormachen, dass es weiß, was uns glücklich macht. Es weiß ja, dass wir leiden und dass es uns schlecht geht und dass wir traurig sind. Aber es hat immer eine Lösung für uns. Und diese Lösung befindet sich immer im Außen und in der Zukunft. Wir dürfen immer irgendeiner, weiß ich nicht, Idee hinterherrennen, die wir nie erreichen können, weil Suche aber finde nicht. Weil wenn wir je vollkommenes Glück finden würden oder haben würden oder annehmen würden, wäre das Ego ja tot und damit wären wir befreit. Aber das will es ja nicht. Also lockt es uns immer so, dass wir der Versuchung fast nicht widerstehen können, damit wir am Ende wieder bei einer Enttäuschung rauskommen. Also das Ego hat einfach wahnwitzige Ideen davon, was Glück bedeutet. Ich glaube, jeder von uns ist irgendeiner Idee oder mehreren Ideen oder immer mal wieder Ideen von dem Ego auf den Leim gegangen, was wahres Glück bedeutet. Ich weiß, dass ich hier im Podcast nicht nur einmal davon berichtet habe, wo ich so einen schmerzhaften Aha-Moment hatte, dass das, was im Außen mir propagiert wurde, was das dominante Denksystem mir beigebracht hatte, was Glück bedeutet, für mich nicht aufgegangen ist. Und ich dann dort war, wo wir alle irgendwann hoffentlich sind oder alle, die diesen Podcast hören, bestimmt irgendwann mal waren, dass das, was das Ego, was das dominante Denksystem mir als Glück verkauft hat, niemals für mich Glück ergeben hat. Und ich glaube, darin liegt tatsächlich ein Riesensegen, wenn wir diese Erkenntnis endlich haben. Denn dann, dann bringen wir die Bereitschaft auf zu sagen, hey, war das schon alles? Gibt es noch mehr? Es muss noch einen anderen Weg geben, sonst weiß ich nicht, was ich hier zu suchen habe. Und das ist sozusagen, wo der Heilige Geist auf unsere geringste Bereitschaft sich aufgefordert fühlt oder sich eingeladen fühlt, uns einen alternativen Weg aufzuzeigen. So war es zumindest bei mir. In diesen Lektionen 100 bis 105 im Übungsbuch von Ein Kurs in Wundern lesen wir ganz häufig das, was Gott für uns in Wahrheit will, laut Ein Kurs in Wundern. Und ein Satz ist zum Beispiel, Gottes Wille für dich ist vollkommenes Glück. Und ja, als eine Schülerin oder ein Schüler von Ein Kurs in Wundern denkst du, klar, natürlich will Gott für mich vollkommenes Glück. Aber wie gesagt, das war ja nicht immer so, dass wir dachten, okay, das nehmen wir als Wahrheit an, so sind wir ja nicht groß geworden. Wir sind damit groß geworden, dass wir einen strafenden Gott hatten, dass wir nur einen strafenden Gott kannten, der uns verurteilt hat, der über uns geurteilt hat. Und irgendwie fühlten wir uns auch immer schuldig, immer unzulänglich, immer, als hätten wir, als wären wir ein Fehler. Nicht mal, als hätten wir einen Fehler oder 15.000 Fehler begangen, sondern wir wären ein Fehler und wir haben diese Strafe auch irgendwo verdient. Irgendetwas in uns, dieses diffuse Gefühl, dass wir immer Strafe verdient haben, dass wir schuldig sind, hat uns ja immer begleitet. Und wir haben ja auch oft und lange genug gelernt, dass Gott ein strafender Gott ist. Also als ich das erste Mal gelesen habe oder verstanden habe oder gehört habe, dass es ein Werk gibt, das Gott als vollkommene Liebe beschreibt und mir sagt, ich bin unschuldig, es gibt keine Sünde und mein angestammtes Erbe ist vollkommenes Glück und wahre und tiefe Freude. Das war für mich ein riesen Aha-Moment. Für mich war das wirklich revolutionär. Ich habe wirklich die Engel singen hören, als ich dachte, meine Güte, das resoniert so sehr mit mir. Ich fühle in meinem Herzen, ich habe keine Beweise dafür. Und das ist, wo das Ego natürlich immer mit uns hin will. Gib mir Beweise, ich brauche in meinem linearen Denksystem ganz viel Beweise, Zahlen, Daten, Fakten, damit ich glauben kann, dass es so einen Gott überhaupt gibt. Aber irgendetwas in mir zu diesem Zeitpunkt brauchte keine Beweise. Irgendeine alte Wahrheit war damit wieder so in Bewegung gesetzt worden, dass ich wusste, dass da was dran war. Ich weiß, dass wir oft genug versuchen, mit unserem linearen Ego-Verstand einen Kurs in Wundern zu erfassen. Aber ich glaube tatsächlich, dass das nicht der Weg ist, wie wir den Inhalt in der Gänze und in der Tiefe erfassen können mit unserem linearen Denksystem. Gib mir eine Strategie, wie ich das in der Gänze erfasse, wie ich Vergebung erfasse, wie ich Erlösung erfasse, wie ich Freude erfasse. Es ist nichts, was wir mit dem Verstand erfassen können. Dadurch, dass wir Worte haben, sind wir sozusagen in der Versuchung, es wieder in irgendein Zahlen, Daten, Fakten, lineares System zu pressen. Aber es nutzt Worte, um uns auf ein multidimensionales System aufmerksam zu machen, um ein System, das nicht von Zeit und Raum erfassbar ist, das nicht von unserem linearen Verstand erfassbar ist. Es ist nur ein Sprungbrett zu etwas, was gar nichts mit dem zu tun hat, womit wir denken. Wir denken ja nur, wir denken mit dem Verstand. Aber womit wir denken gelernt haben. Wir müssen uns dafür öffnen oder dürfen uns dafür öffnen, dass es mehr gibt als eine lineare Art, die Welt zu verstehen oder Dinge zu erfassen. Und ich weiß, dass das manchmal so ein bisschen eine Herausforderung für unseren Automatismus ist, immer in diesem linearen System hängen zu bleiben und zu denken, jetzt muss ich aber versuchen, das Werk da reinzustopfen, sonst bin ich verwirrt. Aber wir sollen uns ja befreien aus diesem System. Dafür ist dieses Werk ja da. Es sagt ja, wir sind begrenzt, wenn wir nur in diesem Egosystem sind. Und in Wahrheit sind wir ja grenzenlos. Und nur in dieser Grenzenlosigkeit können wir wahrscheinlich wahrhaft erfassen, was dieser Kurs uns und was die Worte und was der Inhalt uns näher bringen will. Ich weiß, dass es manchmal vielleicht auch zu Frust führt, zu verstehen, dass wir nicht mit der Art und Weise, wie wir normalerweise gelernt und erfasst haben, einen Kurs in Wundern oder den Inhalt und die Prinzipien erfassen können. Aber ich glaube, genau dort liegt unsere Freiheit. Ein Kurs in Wundern lehrt uns in den Lektionen 100 bis 105 im Übungsbuch und auch immer mal wieder natürlich im Werk. Aber insbesondere habe ich das daraus lesen können, dass Glück und Freude Gaben sind, die von Gott an uns gegeben werden. Er hat sie für uns. Das sind seine Gaben. Und da ist auch schon wieder etwas, was mega spannend ist, weil wir im Ego-Denksystem Gaben ganz anders definieren, als ein Kurs in Wundern Gaben definiert. Wir denken, wenn wir etwas haben, was wir weggeben, haben wir weniger. Damit wird wieder unser Angst- und Mangelsystem voll angefacht. Oh mein Gott, jetzt habe ich weniger, jetzt hat der mehr. Meistens denkt unser Ego, dass wenn es was weg gibt, es eh es nur weg gibt, um etwas Besseres zu bekommen. Es wird ja selten etwas weggeben, um zu sagen, ich gebe das aus reinem Herzen oder sowas. Und die Gaben Gottes sowie Freude und Glück sind sozusagen diametral entgegengesetzt in ihrer Qualität. Weil, wenn wir das vollkommene Glück, was von Gott kommt, annehmen, dann können wir es dadurch, dass wir es weitergeben, dass wir es mit der Welt teilen, ausdehnen, auf alle Fälle nicht verlieren, sondern nur verfestigen. Es kommt dadurch, dass wir es weggeben, wieder zu uns zurück. So ist die Qualität von Gottes Gaben. Es ist sozusagen das genaue Gegenteil. Es vermehrt sich dadurch, dass wir es weitergeben. Ich finde das immer so faszinierend. Das sind wahre Gaben. Liebe, Freude, Glück, Güte, all diese Dinge. Wenn wir das weitergeben, wenn wir Frieden jemandem wünschen, dann geben wir gleichzeitig uns Frieden. Die Herausforderung, die wir immer noch haben, oft genug, ist, dass wir, wir haben zwar ein Anrecht auf diese Wunder, auf diese Gaben, aber wie lehrt uns ein Kurs im Wundern? Wunder sind jedermanns Anrecht, aber zuerst ist Läuterung nötig. Heißt, um die Gaben Gottes zu empfangen, müssen wir oder dürfen wir uns erstmal läutern. Heißt, wir dürfen Verantwortung für alle Illusionen, die wir erschaffen haben und die wir anstelle von Gottes Gaben auf unseren inneren Altar platziert haben, die dürfen wir uns ansehen. Und wozu sie auch uns immer einladen tun, vielleicht ist es jemandem vergeben, vielleicht ist es sich selbst vergeben, vielleicht ist es eine Entschuldigung aussprechen, vielleicht ist es einfach mal emotional erwachsen werden, was auch immer. Oder einfach mal gütig sein, ich weiß es nicht, was es bei dir ist. Und dann damit sozusagen den Raum, den inneren Altar so zu präparieren, damit Gottes Gaben dort überhaupt Platz finden. In Lektion 104 heißt es im ersten Absatz dazu, Der heutige Gedanke ist eine Weiterführung der Idee, dass Freude und Friede nicht bloß eitle Träume sind. Sie sind dein Recht um dessen Willen, was du bist. Sie kommen von Gott zu dir, der nicht umhin kann, dir das zu geben, was er will. Das ist sozusagen Gottes natürliche Art des Bewusstseins. Er ist Güte, er ist Liebe, er ist bedingungslose Freude und bedingungsloses Glück und er kann nicht anders, als es auszudehnen an uns und wir. Entweder unser Altar ist dafür vorbereitet oder nicht. Heißt nicht, dass es damit verpufft, sondern alle Gaben Gottes werden für uns aufbewahrt, bis wir in der Lage sind, sie zu empfangen. Das ist immer so tröstlich zu wissen, wenn ich noch nicht in der Lage bin, Gottes Glück und Liebe und Freude zu empfangen, geht es nie verloren. Ich habe so das Gefühl, er sendet eh 24-7 das an uns und wir sind entweder in der gleichen Frequenz, um es aufzunehmen, oder er bewahrt es nochmal für uns auf. Also nichts geht je verloren. Keine Liebe geht je verloren. Ich lese mal weiter, weil jetzt wird es interessant. Da muss jedoch ein Ort sein, der bereitet wurde, um seine Gaben zu empfangen. Sie werden nicht mit Freude aufgenommen von einem Geist, der anstatt ihrer dort, wo seine hingehören, die Gaben empfangen hat, die er, also die Person selbst, als Ersatz für seine, also die von Gott, machte. Also wir sehen, Läuterung ist nötig. Wir dürfen das, was wir anstelle von Gottes Gaben in uns platziert haben, ablegen, damit Gottes Gaben überhaupt Platz in uns finden. Wir dürfen also Verantwortung übernehmen, dass wir den Illusionen des Ego Platz in uns gemacht haben, dort, wo Gottes Gaben ihren Platz in uns haben sollten. In diesen Lektionen 100 bis 105 wird uns auch gesagt, unsere einzige Funktion ist Glück, ist vollkommenes Glück, ist Freude. Und wir wissen auch, dass der Kurs uns immer wieder mal sagt, unsere einzige Funktion ist Vergebung. Vergebung, das finde ich ganz spannend, Vergebung führt sozusagen zum Glück, zur Freude, weil wir eine andere Perspektive einnehmen, eine liebevolle Perspektive, die einfach nur zum wahren oder zum inneren Glück führen kann. Insgesamt finde ich wirklich, dass die Lektionen 100 bis 105 sehr liebe- und hoffnungsvoll sind. Gleichzeitig ist es so wie überall im Kurs, es gibt keinen Zweifel, weil es ist so eindeutig, was zu tun ist, um vollkommenes, bedingungsloses Glück und bedingungslose Freude und die Liebe Gottes zu empfangen. Wir dürfen uns läutern. Es gibt keinen anderen Weg. Wir dürfen aufhören, dem Ego zu vertrauen und anfangen, Gott zu vertrauen. Und manchmal ist es schwierig für uns, weil wir so trainiert sind, in diesem Körper zu Hause sein. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Körper ist das, womit sich das Ego identifiziert. Es ist nicht unsere absolute Wahrheit. Wir sind ein Licht jenseits dieses Körpers. Und das haben wir noch nicht so gut trainiert wie die fünf Sinne des Körpers. Und deswegen sind wir auch immer noch so ein bisschen, wir hadern noch so ein bisschen manchmal. Oder wir haben noch so unsere Berührungsängste mit etwas, was noch nicht so gut trainiert ist wie unsere fünf Sinne, die sehr automatisch sind und sehr ächzig anfühlen. Und wenn diese Sinne, die jenseits von diesen fünf Sinnen des Körpers für uns der Wegweiser sind und die aber noch nicht so trainiert in uns sind wie die fünf Sinne des Körpers, dann stolpern wir auch. Dann fehlt uns manchmal das Vertrauen, dass das die Wahrheit ist. Und für mich waren diese Lektionen vor allem wieder so ein Aufruf, so eine Aufforderung liebevoll, dass ich weniger kontrollieren darf und mehr Vertrauen. Diese Hingabe, dieses ja, die fünf Sinne meines Körpers sind zwar verdammt echt, aber es gibt noch etwas jenseits dieser fünf Sinne und ich bin bereit, ich bin willens, das anzunehmen, das zu sehen, das zu fühlen, damit mir den Weg zeigen zu lassen. Es geht wirklich darum, Vertrauen in etwas jenseits von diesen fünf Sinnen zu haben. Und das fällt uns manchmal schwer. Wie gesagt, der Kurs ist wirklich eindeutig. Er sagt uns, vollkommenes Glück kann nur erreicht werden, wenn wir Gott vertrauen, wenn wir unser Leben in Gottes Hände legen und sagen, führ du mich, weil ich weiß und ich vertraue dir, dass du vollkommene Liebe bist und nur mein vollkommenes Glück und meine Freude willst. Und wenn ich deiner Stimme folge, erreiche ich das. Ich kann es nicht dadurch erreichen, dass ich den Illusionen des Ego folge und dann damit denke, ich kann vollkommenes Glück erreichen. Es geht nicht. Entweder folge ich Gott und dort spüre ich vollkommene Freude und vollkommenes Glück oder ich traue wieder meinem Ego, der mir sagt, in den Illusionen, die ich dir ja darbiete, wirst du vollkommenes Glück erleben. Es gibt kein Zwischending. Also in Wahrheit gibt es kein Zwischending. Ich glaube, wir führen dennoch immer so ein Hin und Her und Tanzen zwischen diesen zwei Welten auf, bis wir dann komplett für die Wahrheit bereit sind. Und mehr zu vertrauen und weniger zu kontrollieren, ist wohl unsere Aufgabe irgendwie. Es ist halt die Frage, wann vertrauen wir Gott so sehr, dass wir ihm die Führung übergeben? Weil nur, wenn wir Gott die Führung übergeben, wenn wir ihm vertrauen, dass er in unserem besten Interesse handelt, dass wenn wir ihm diese Führung geben, wir erst unsere Funktion erfüllen und damit auch glücklich sind, weil unsere Funktion ist ja Glück. Du kannst nicht da auf dein Ego hören, seine Illusionen hinterherjagen und vollkommenes Glück erwarten. Das wird nicht passieren. Das ist hoffnungslos. Es ist ein Bemühen ohne guten Ausgang. Und wie sagt ein Kurs in Wundern, du wirst wieder weinen, wenn einer deiner Götzen fällt. Also das ist das Schöne. Es gibt in dem Sinne in ein Kurs in Wundern dieses Werk, der Inhalt, der ist mega eindeutig. Sagt uns, wenn du dem Ego folgst, wirst du enttäuscht. Das ist, was das Ego tut. Dafür ist es da. Wenn du Gottes Stimme vertraust und dein Leben in seine Hände legst und sagst, Gottes Wille, das, was er von mir will, ist eigentlich in Wahrheit auch mein Wille. Ich habe es nur vergessen, weil das Ego ist so unglaublich verführerisch. Wenn ich aber mich wieder daran erinnere, dass Gottes Wille auch mein Wille ist, dann werde ich vollkommenes Glück erfahren. Anders wird es nicht möglich sein. Ich habe es probiert. Wir haben es doch oft genug probiert. Wir sind jedes Mal gescheitert. Und ich weiß nicht, wie oft wir noch scheitern wollen mit unserer eigenen Idee, was vollkommenes Glück ausmacht, bis wir sagen, mir reicht es. Ich habe es satt. Ich habe die ganze Zeit nicht vertraut. Vielleicht habe ich in der Theorie verstanden, was mir ein Kurs in Wundern sagt über das vollkommene Glück. Aber ich habe noch nicht ganz vertraut. Aber jetzt bin ich soweit. Ich vertraue. Ich gebe mich hin. Ich sage, Gott, führ du mich. Heiliger Geist, nimm du jetzt die Führung. Weil ich schaffe es allein einfach nicht. Es geht nicht. Ich habe es probiert. Ich dachte, ich bin schlauer. Ich habe gemerkt, ich bin es nicht. Und irgendwie bin ich froh drum. Das, was wir nicht vergessen sollten und das, was in dieser Lektion, in den Lektionen 100 bis 105 auch wirklich deutlich wird, ist, dass wenn wir diesen Platz nicht einnehmen, weil unser Teil ist wesentlich, in Gottes Heilsplan, ist die Überschrift von Lektion 100. Das heißt, wenn wir den Platz, den Gott für uns hat, nicht einnehmen, wird Gottes Heilsplan nicht vollständig sein. Erst wenn wir diesen Platz einnehmen, vervollständigen wir den Heilsplan. Wir sind wesentlich, indem wir unsere Funktion übernehmen für Gottes Heilsplan. Wir müssen uns nichts drauf einbilden. Das Ego denkt jetzt, ich bin voll wesentlich für Gottes Heilsplan. Es hat nichts mit Arroganz zu tun, weil Arroganz ist immer vom Ego, sondern mit wahrer Bescheidenheit zu verstehen, ich schnall's allein eh nicht und ich kann nur meinen Teil von Gottes Heilsplan erfüllen, wenn ich mein Leben wieder in seine Hände gebe. Ich brauche seine Führung. Alleine schnall ich's einfach nicht. Also keine Arroganz brauchen wir gar nicht in diesem Zusammenhang. Es ist einfach nur so spannend, dass wir alle wie so Puzzlestücke in einen riesen Puzzle passen. Und wenn wir nicht unseren Platz in diesem Puzzle finden, ist das Puzzle nicht komplett. Ich lese uns jetzt mal, glaube ich, noch so ein paar Abschnitte aus den Lektionen 100 bis 105 vor, nur so als Inspiration, was die uns über Glück und Freude verraten. Einfach, damit du vielleicht mit diesem Gewahrsein deinen Tag startest, wann auch immer du das hörst oder deinen Tag beendest. Ich finde es einfach so erhellend und deshalb, ich hoffe, du findest es genauso erhellend wie ich. Ich lese dir jetzt einfach mal was vor und damit, glaube ich, schließen wir auch diese Folge. Und zwar bin jetzt in Lektion 100, wo die Überschrift lautet, mein Teil ist wesentlich für Gottes Heilsplan. Diese Rolle ist für seinen Plan so wesentlich wie für dein Glück. Also wir können auch ohne, wenn wir diese Rolle nicht übernehmen, glücklich sein. Die Rolle, die uns Gott gegeben hat, ist für seinen Plan wesentlich und für unser Glück auch. Deine Freude muss vollkommen sein, damit sein Plan, also Gottes Plan, für die verständlich wird, zu denen er dich schickt. Wir haben eine Aufgabe damit. Wenn wir in Gottes Freude sind, dann sind wir sozusagen ein Vorbild für andere und wir stecken andere durch unser Sein an. So verstehe ich das. Sie werden ihre Funktion in deinem strahlenden Andet sehen und in deinem glücklichen Lachen hören, wie Gott sie ruft. So ruft Gott unsere Brüder, dadurch, dass wir wirklich diese tiefe Freude leben. Weil kennt ihr nicht diese Menschen, die so mega entspannt wirken, die so leuchten und glücklich sind und in sich ruhen, zu denen fühlt man sich doch hingezogen und man fragt sich immer, wie schaffen die das? So, so schaffen sie das. Du bist tatsächlich wesentlich für Gottes Plan. Ohne deine Freude ist seine Freude unvollständig. Ohne dein Lächeln kann die Welt nicht erlöst werden. Solange du traurig bist, ist das Licht, das Gott selbst zum Mittel bestimmte, die Welt zu erlösen, trüb und glanzlos. Und niemand lacht, weil jedes Lachen nur ein Echo deines Lachens sein kann. Du bist tatsächlich wesentlich für Gottes Plan. Genauso wie dein Licht jedes Licht, das im Himmel leuchtet, verstärkt, so ruft deine Freude auf Erden jeden Geist hier auf, seinen Kummer loszulassen und seinen Platz in Gottes Plan neben dir einzunehmen. Die Boten Gottes sind voller Freude und ihre Freude heilt Leid und Verzweiflung. Sie sind Beweis dafür, dass Gott vollkommenes Glück für alle will, für alle. Es gibt keine Ausnahme, die ihres Vaters Gaben als die ihren akzeptieren. Aber wir müssen seine Gaben erstmal akzeptieren. Wir müssen erstmal Platz auf dem Altar machen, wo wir die Ego-Gaben hingetan haben, damit er seine Gaben dort platzieren kann. Trauer, das fand ich ganz spannend. Das habe ich uns nochmal notiert, dass ich das uns vorlese. Trauer ist das Zeichen dafür, dass du eine andere Rolle spielen möchtest, nämlich die Rolle, die dir das Ego zugeteilt hat, als die, die Gott dir zugewiesen hat. Lektion 101 trägt den Titel Gottes Wille für mich ist vollkommenes Glück. Heute wollen wir mit dem Thema Glück fortfahren. Es ist eine Schlüsselidee im Verständnis dessen, was Erlösung bedeutet. Das fand ich wieder spannend. Glück und Erlösung sind sich sehr nahe. Und dann in Lektion 102 Ich teile den Willen Gottes, der mein Glück will. Es ist so eindeutig, dass Gott nur will, dass wir in Glück und Frieden hier miteinander sind. Und hier in dieser, in Lektion 102 fand ich ganz schön den Absatz 3. Und zwar steht da, einige Tage lang wollen wir unsere stillen Zeiten noch weiterhin auf Übungen verwenden, die als Hilfe für dich angelegt sind, das Glück, das Gottes Wille in dich legte, zu erreichen. Dieses ist dein Zuhause und hier ist deine Sicherheit, hier ist dein Frieden und hier gibt es keine Angst. Hier ist Erlösung, hier ist endlich Ruhe. Oder auch in Lektion 103, wo steht, Glück ist eine Eigenschaft der Liebe. Es kann nicht losgelöst von ihr sein, auch kann es nicht erfahren werden, wo keine Liebe ist. Die Liebe hat keine Grenzen, da sie überall ist. Und deshalb ist auch Freude überall. Und dennoch kann der Geist verleugnen, dass dies so ist und glauben, dass es Lücken in der Liebe gibt, in die Sünde eindringen kann, um Schmerz statt Freude zu bringen. Dieser sonderbare Glaube setzt dem Glück Grenzen, indem er Liebe als begrenzt neu definiert und einen Gegensatz in das einführt, was keine Grenzen hat und kein Gegenteil. Wie gesagt, ich habe ja eh schon die Annahme geäußert, dass der Kurs uns immer wieder die Definition des Egos entwirren will und uns wieder dorthin führen will, was die eigentliche Definition, die natürliche Definition von Dingen ist, so wie die Liebe, die keine Grenzen hat und kein Gegenteil. So haben wir das auch nicht gelernt. Und die Lektion 105 trägt den Titel Der Friede und die Freude Gottes sind mein. Und in der wird wieder deutlich, dass wenn wir diese Freude und den Frieden Gottes empfangen und ihn mit anderen teilen, dass wir ihn selber spüren. Zum Beispiel in dem Satz Mein Bruder, Frieden und Freude biete ich dir an, damit ich Gottes Frieden und Freude als die meinen haben möge. Gottes Gaben werden nicht weniger, indem wir sie teilen, sondern sie verehren sich für uns und für die Welt. So, das war jetzt so ein bisschen ein Medley der Lektion 100 bis 105 aus dem Übungsbuch von Ein Kurs in Wundern nur so als Inspiration für dich, wie Ein Kurs in Wundern Glück und Freude für uns definiert. Ich glaube, das war es für heute. Ich hoffe, du hattest den ein oder anderen Aha-Moment und hoffe auch, dass es dir gut geht. Wir sprechen uns nächste Woche wieder hier beim Happy Cool Love Podcast. Deine Peri. Deine Peri.